recht herzlich willkommen zur 15 folge von planet nomads die haben update gemacht 6.6 und da gibt es einige probleme ok hier sieht man aber dass da was getan wurde gibt's fuel also kraftstoff dann gibt es dadurch keine energie aber da haben wir ein anderes problem und zwar ist es dass wenn wir essen und trinken zu uns nehmen wie man das jetzt hier sieht gleich hat dann muss ich nochmal machen wenn ich jetzt hier was nehme dann rennt das wie bekloppt runter und ich glaube so macht keinen spaß das spiel zu spielen ist man stirbt zwar nicht aber ich glaube da muss erst noch ein update kommen 6.7 dann werden diese fehler bestimmt wiederholt repariert sein und dann können wir richtig spielen ja dann habe ich auch nach dem spiel hier nach dem speichern habe ich dann nochmal gestartet um mal zu testen und ja dann ist es leider noch ein weiteres problem wir jetzt hier sehen könnt man hat keine welt mehr da ist man im weltall und fliegt dadurch die gegend und keine ahnung da geht nix naja ok dann tut es mir leid dass ihr nicht sehen könnt aber naja dann sehen wir uns nächste woche wieder und ich hoffe dann geht's wieder bis dann tschüss ich auch Vielen Dank.